Der Bau des Bismarck Quartiers in Düren, das neue Vorzeigeviertel der Kreisstadt, geht mit großen Schritten voran. Am Tag der offenen Baustelle hatten jetzt auf Einladung des Euskirchen-Investors F&S Konzept interessierte Bürger Gelegenheit, sich über den Fortgang der Bauarbeiten aus nächster Nähe zu informieren. Neben einem Dorinth Hotel entsteht vis-à-vis zum Kreishaus ein Konferenzzentrum und ein Bereich für hochwertiges Wohnen und Arbeiten. Wir fangen jetzt aktiv an mit der Vermarktung. Es sind Anfragen, ich würde sagen 70% wirklich aus dem direkten Dürener-Kreis. Das sind Dürener, die sich ab einer gewissen Alterstruktur verändern möchten. Die Kinder sind aus dem Haus, sind Eigentümer von einer Immobilie und möchten gerne in Düren bleiben und sind auch schon zum Teil länger auf der Suche und das ist zurzeit die Anfrage. Also wir könnten von der Vermarktung ausgehen, dass wir jetzt ein Drittel vermarktet haben. Ein Großteil der gut 250 Arbeiter, die in zwei Schichten das Mammutprojekt vorantreiben, stammt aus dem Umkreis von Düren. Obwohl erst gerade mit der Vermarktung begonnen wurde, gibt er schon zahlreiche Interessenten für Privatwohnungen und Geschäftsräume. Ein Drittel der Eigentumswohnungen ist bereits vermarktet. 70% der Anfragen stammen dabei aus dem Kreis Düren. Insgesamt sollen 29 Wohnungen und 3000 Quadratmeter Gewerbefläche entstehen, zentral gelegen neben dem ebenfalls noch zu modernisierenden Theodor-Heuss-Park sowie in nächster Nähe zum Stadtzentrum und dem Bahnhof. Das angeschlossene sechsgeschossige Hotel mit 120 Doppelzimmern und ein flexibles Konferenzzentrum für bis zu 400 Personen komplettieren das Stadtquartier. Die Fertigstellung ist bis Ende Oktober 2018 geplant. Wir sind hier im Moment in der fünften Etage vom Hotel des Bismarckquartiers, können schon mal nach unten gucken, auf die Konferenz, auf die Verwaltung und hinten auf das Wohnen und Gewerbe. Hier wird nachher noch eine Etage oben drauf gebaut, dass wir insgesamt fünf Etagen haben und die Rohbearbeiten hier im Hotel werden Ende des Jahres abgeschlossen sein. Mit täglichem Blick auf die Baustelle kann ich nur voll zur Zufriedenheit bekunden. Die Baustelle ist herausragend gut gemanagt. Die Straße war immer sauber, die Anwohner bedenken und auch Proteste haben sich in absolut engen Grenzen gehalten. Also bisher kann ich nur sagen, absolute Musterbaustelle mit einem ganz hervorragenden Logistikkonzept. Wenn es überall so wäre, dann müsste man sich um die Zukunft bestanden, ob es hier keine Sorgen machen wird. Das Musterzimmer wird im Januar fertiggestellt. Darin wird auch mit Kunden, die natürlich Tagungsgäste und intensiv, gerade in ein Business Hotel buchen möchten, auch in das Zimmer reinführen. Man kann das dann über Internet live sehen, das Zimmer. Das Zimmer ist dann quasi schon zu hundertprozentig. Und wir können natürlich noch sehen, wo sind noch Themen, Probleme oder was muss man halt noch machen. Und zudem muss die Steckdose doch vielleicht mehr nach rechts, um das Bett noch verschieben zu können und so weiter.